liebe leute mein name ist dragnar willkommen zurück zu rimworld und mal direkt räuspern ja so geht es schon mal los erst mal vorneweg ich habe vom lieben chris im discord den ein oder anderen hinweis bekommen also eigentlich waren es zwei hinweise einmal ich kann doch meine stromkabel verstecken damit sie hier nicht so wild in der gegend rumliegen stimmt der mod ist theoretisch bei dr wolfsherz dabei mein problem ist ich glaube der mod funktioniert nicht denn ich finde die versteckten stromkabel nicht mehr also meines erachtens nach müssen sie natürlich unter strom sein und hier sind sie nicht unter diverse auch nicht keine ahnung skylights also ich habe vorhin mal fünf minuten lang hier überall ganz genau rumgeklickt und versucht die dinger zu finden habe ich aber nicht also schätzungsweise mal nicht der zweite hinweis aber schlechte essen warum meine leute momentan krank werden der liebe chris meinte ich darf die schlacht bank nicht im selben raum wie den herd haben denn egal wie viel ich putze deswegen habe ich ja eigentlich eigentlich reinigung 1 es wird nicht sauber das ist natürlich deswegen habe ich mir aber auch schon was überlegt ich werde hier zwei relativ enge räume draus machen wir bauen jetzt erstmal dessen der herd kommt dann hier oben hin ziehen dann hier eine mauer durch und gut ist die ganze geschichte das reißen wir ab da kommt dann noch meine mauer hin ja so dann müssen wir hier mal den technik raum für wasser bauen und was gab sonst noch was machen meine leute im moment mal wie sonst sind trak sie unter rado warum schlafen die nicht sie absolvieren eheliche pflichten da wollen wir sie lieber nicht stören ich scroll mal weg und wir haben stimmt wir haben einen neuen mitbürger simpson du simpson gehst als erstes mal und holst dir ein messer weil wir werden jetzt gleich angegriffen logischerweise ich mach mal start als erstes werden wir uns um den raum kümmern dann werden wir uns ums wasser hier kümmern bin mir jetzt auch noch nicht ganz sicher ich glaube das hier lasse ich ne machen wir so die mauer hier lasse ich hier ziehen wir eine mauer runter und bauen das dann irgendwie so dran ja so würde ich sagen machen wir das gute idee na bin aber etwas verschleimt heute ich weiß auch nicht warum gut überfall damals sie greifen sofort an wir hätten matwe welsch mit einem schwert und kodi hinz mit einem messer gladius ok der matwe welsch ist ein hervorragender fernkämpfer kann aber auch nahkampf und nochmal ein hervorragender fernkämpfer der könnte noch dazu pflanzen guter und medizin gut bräuchten jetzt nicht unbedingt also ich würde sie theoretisch nehmen oder versuchen zu überzeugen wenn es funkt also wenn einer lebend gefangen werden kann aber es sind jetzt keine leute die man unbedingt benötigt ok da sind sie das heißt wir wecken sie auf eri hat nen bogen geh mal hier hin oder hierhin erschienen war das eri und kann nicht kämpfen rado und draxi ihr dagegen könnt kämpfen und longshank fehlt noch das ist mein nahkämpfer simpson was ist denn mit dir aber eigentlich du kannst nahkampf schlecht und fernkampf noch schlechter wirst aber dann trotzdem einen bogen bekommen weil nahkämpfer brauche ich oder versuche ich so gut wie möglich zu vermeiden so der erste kommt wo ist denn der zweite kodi was ist denn mit dir los ok ok wie heißt die person hier kodi wollen wir vielleicht doch nicht und welch haut auf unsere kanone ein wie ein verrückter er erledigt den gladius wollen wir dringend kodi fliegt ich mach mal auch dringend tragen du sollst weg kommen und hier machen wir den kampfmodus aus das wäre schon mal erledigt sehr schön sehr schön ich habe sechs leute zwei aber nur fünf betten momentan deswegen wird hier wohl noch ein bett gebaut ok so neu installieren einmal so neu installieren einmal so ich hätte dann auf jeden fall gerne hier ein weiteres licht wie schaut das eigentlich aus oh ich habe nur noch sieben stahl da müssen wir uns drum kümmern dann so rado oder die tür könnten eigentlich hier hinsetzen das wäre eigentlich noch geschickter rado kümmere dich doch danach mal bitte um die tür sehr schön ja schaut doch gut aus mauer wird auch gebaut dann haben wir jetzt hier zwei räume die lampe würde ich trotzdem direkt über den tisch hier hinstellen sollte eigentlich langen heizkörper haben wir keinen aber ich glaube das ist jetzt nicht ganz so wichtig hier jetzt hoffe ich mal dass das besser wird würde aber vorsichtshalber hier vielleicht noch einen boden reinbauen ich glaube das wäre vielleicht nicht schlecht auch wegen der sauberkeit der rest ist wurscht eigentlich wollte ich hier ja so den etwas kürzeren zugang haben wenn wir dann hier obwohl wir könnten eigentlich hier einen neuen auch noch mal so eine schleuse bauen und dann hier den eingang direkt zur nahrung machen das wäre vielleicht gar nicht blöd so hier werden auch fertig dringend tragen genau dann brauchen wir Hygiene ist es glaube ich ja wir brauchen einen wasserturm wir brauchen hier vor allen dingen auch eine mauer machen wir mal so groß weiß jetzt noch nicht genau wie groß der raum wird ich würde jetzt mal hier einfach nochmal kurz einen plan ziehen ob das sollte eigentlich langen wir brauchen auf jeden fall einen wasserturm auf jeden fall einen brunnen das habe ich jetzt natürlich vorher nicht geguckt wie denn das ausschaut mit einem brunnen ich würde den glatt hier unten hinsetzen und dann hier so eine so ein rohr ziehen der brunnen der brunnen braucht strom oder steht jetzt hier so direkt nicht dort dann hoffen wir mal dass er keinen strom braucht weil ansonsten muss ich jetzt hier eine leitung bis da runter ziehen dann dann brauchen wir auf jeden fall eine elektrische pumpe die braucht dann strom ziehe ich ziehe dann auf jeden fall noch leitungen runter und ansonsten heizkessel natürlich wo machen wir denn die tür rein hier hin hier hin hier hin brauche ich jetzt sonst noch was ja natürlich brauchen wir einen heizkessel aber ich glaube erstmal bräuchten wir sonst nichts ich lasse auf jeden fall den raum aber mal so groß einfach nur um noch mehr rein zu bauen wir müssen dann hier auf jeden fall strom entlang legen und wir müssen dann anfangen die rohre zu legen so bett ist auch fertig ja und sobald wir das bett haben ich würde dann hier gerne das badezimmer hin bauen im idealfall über einfach zwei so wohnungen das heißt wir bräuchten 1 2 3 4 5 also 1 2 3 4 5 so dann würde ich sagen wir mal hier einen eingang rein machen weil dann könnte man Klo Klo drei Klos hier ein paar Waschbecken setzen und dann Dusche Dusche und was ich hier oben hin mache weiß ich noch nicht also auf jeden fall drei Waschbecken noch dazu ja schaut doch eigentlich gar nicht so schlecht aus dann hat das genau die Größe von den Wohnräumen dann kann ich nämlich genau in der Form hier weiter bauen und es wäre ein bisschen symmetrisch heißt aber gleichzeitig ich habe eh schon hier jetzt so ein Zimmer ich bräuchte auf jeden fall noch ah ich habe hier Strom Mist 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 jetzt weiß ich noch nicht wie es dann genau weiter geht auf jeden fall hier dann ein weiteres Schlafzimmer ok viel zu tun jetzt ich drehe mal die Geschwindigkeit wieder rauf dass wir vorwärts kommen jetzt habe ich ja gleich mehrere Pläne wie viel Holz haben wir 421 Stahl gerade gar keins mehr hier wurde abgebaut dann machen wir mal weiter wir haben auch keine Teile mehr Yorkshire Terrier bleiben was ist denn eigentlich mit unserer Leiche fällt mir gerade ein wurde anscheinend wieder verbrannt wir haben Yorkshire Terrier oh Gott ich weiß ich bin jetzt ein Tierquäler aber mal ganz ehrlich nein ich wüsste auch nicht was ich mit denen machen soll ganz sicher nicht in dem fall essen wir lieber Hund hier könnten wir mal die Sau klauen ja ich weiß es ist hart die kleinen süßen kleinen Yorkshire Terrier aber mal ganz ehrlich die sind wirklich absolut unnütz warum lagert der hier Leichen das ist die Frage die Leichen sind eigentlich verboten und ich sehe gerade Böden wir haben diese Teile hier glaube ich genommen da müssen auch noch zwei Teile hin sehr gut steht denn der Brunnen nein der steht noch nicht hier unten das muss noch ansonsten würde alles stehen was fehlt denn hier unten noch Stahl und Granitblöcke das ist Schiefer das ist Granit ok sollte eigentlich nicht so das Problem sein oh ich glaube die Yorkshire Terrier kam tatsächlich vom Fleisch her genau zur richtigen Zeit wir haben ja gerade die Nahrung ein bisschen ausgegangen noch sind wir im Winter wobei hier schon richtig gut angepflanzt ist dafür dass es Winter ist das ist ja wie hier wie Realismus ich meine echt ich brauche bloß zum Fenster rausschauen wie viel Grad hat es heute 12 Grad oder so es schlafen wieder an wie schaut es denn aus mit der Forschung eigentlich ungefähr die Hälfte haben wir ist doch eigentlich hervorragend es läuft und wir brauchen einen neuen Bogen habe ich gesagt oh kurz Bogen ja ich müsste eigentlich langsam den nächsten Schritt tun das heißt hier ausbauen eine mechanische Werkbank und sowas hinsetzen damit wir Schusswaffen bauen können das werden wir tun sobald der Rest fertig ist also ich meine viel fehlt ja nicht mehr hier noch ein bisschen und noch den Brunnen Sonnenwinsternis na gut ja also viel haben wir nicht mehr welche Planken hatte ich denn ich glaube die hier Reisende der Fraktion gelbe Kaktus-Wahnschaft befindet sich auf der Durchreise ja durchreisen können sie ruhig ja was ich hätte jetzt gerne hier auf die Rückseite auch noch Wohnungen gebaut deswegen war mir das jetzt mit dem Bad hier so wichtig ich muss ich mir glatt jetzt noch was überlegen wobei eigentlich brauche ich die Lüftung hier gar nicht ich möchte jetzt dann eh schon eigentlich mit Heizungen arbeiten und bei Heizungen heißt nicht gleich Klimaanlage glaube ich das Klimaanlage ist glaube ich wieder extra ja 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 ok hm dann machen wir es mal so Verabredung Draxi hat eine Verabredung mit Radone die sind doch eh verheiratet und sehen sich jeden Abend füraus brauchen die denn noch eine Verabredung gut Stromleitungen brauchen wir ziehen wir mal hier so runter auch mal hier rüber die Pumpe ist auch gleich fertig aber jetzt schlafen wieder alle Mann oh Mann oh Mann und hier schaut es aus NoStoreAge dann machen wir es doch mal so wir bauen hier eine Lagerzone hin und in dieser Lagerzone darf grundsätzlich erstmal na nichts und dann möchte ich bis auf Abfall und zwar ja lassen wir alles Abfall dann haben wir den Fäkalienschmarrn nicht mehr vor unserer Tür hier ich will jetzt immer noch überlegen ob das so passt ich weiß nicht wie groß der Strom hier dann ist aber eventuell muss ich hier wieder was abreißen und umbauen so Rado was machst du baut Stromkabel nein geh hier runter danach will ich dass du das baust und Draxi macht den Rest so wie schaut es aus Wasser sehr schön sehr schön das heißt wir brauchen hier Leitungen hier möchte ich gerne eine Leitung haben so das ist das erste Ziel jetzt mal der Wasserturm wird jetzt immer voller da bin grad etwas verwirrt wie schaut das jetzt mit dem Strom aus du brauchst gar keinen Strom ok mhm achso Wasser Heißwassertank ja logisch da kommt dann nur das heiße Wasser rein ein Lager ist ziemlich voll das ist Schiefer ich habe keine Granitblöcke mehr was Behandlung notwendig Ellie wird sich bestimmt dann gleich ein Arzt drum kümmern da da Longsheim kommt schon da Longsheim kommt schon ah das war das Asthma ok die Kanone installieren wir schon mal neu die Kanone installieren wir schon mal neu und zwar einfach nur hier ist grad nirgendwo Strom einfach mal hier brauchen einfach mal hier so ein bisschen Strom sollte nicht so das Problem sein ich baue mal hier vorsichtshalber noch ein bisschen Stahl ab Bauteile haben wir noch 4 ist jetzt nicht so gewaltig deswegen bauen wir hier auch mal da ist Stahl ja ja viel zu tun viel zu tun Draxi baut Granit ach unser Lager unser Lager unser Lager das gefällt mir gar nicht wo auch immer du bist du reparierst es erstes mal unseren Generator habe ich es jetzt falsch gemacht? nein gut aber wir sind auch schon bei 24 Minuten das deshalb bedanke ich mich für heute fürs Zuschauen ich hoffe wir sehen uns in der nächsten Folge wieder wenn dann das Bad wahrscheinlich fertig wird und sag Servus das geht geht